Wir sind im chinesischen Luftraum. Gut. Alles klar bei Ihnen? Warum schützen Sie mich? Wir hätten Ihren Namen reinwaschen können. Vielleicht, aber Simmons hätte weitergemacht. Außerdem... ...habe ich mich jetzt an Sie gewöhnt. Helena! Schätze, das Ding kann das Flugzeug nicht fliegen, oder? Honigal, wir haben ein Problem. Ein großes. Der Kino wird zu einem Monster-Metort. So wie in der Kante. Was? Okay, einen Moment. Ich versuche, was zu finden. Leon, Helena, hören Sie mich! Mit dem Druckshot stimmt irgendetwas nicht. Gehen Sie nach hinten und finden Sie heraus, was los ist. Beruhigen Sie sich. Bleiben Sie auf Ihren Plätzen. Hone Deskne로 diesen Schrauber nicht zum Üsch noi. Oh, Manns! Ich versuche, was zu verkommenen? Gehen Sie mit mir los. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war gerade noch rechtzeitig. Mist, es versprüht dasselbe Gas. Wir müssen es loswerden. Öffnen wir die Luke. Da ist die Steuerung. Das ist die Steuerung. Das war's für heute. Die Maschine gewinnt an Höhe. Gehen Sie zum Cockpit. Helena, wir müssen weg. Untertitelung des ZDF, 2020 Beobachtung des ZDF, 2020 Hey, Leute. Ah! 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 Darum kann ich im Flugzeug nicht schlafen. So eine Scheiße, was kann jetzt noch kommen? Beim Öffnen der Luke wurde das Flugzeug durch den Druckverlust destabilisiert. Leon, Sie müssen die Steuerung übernehmen. Ich habe befürchtet, dass Sie das sagen. Gut, ich fliege. Sie kümmern sich um die Infizierten. Also gut. Schalten Sie von Autopilot um auf manuelle Steuerung. Dann drücken Sie den dritten Knopf in der vierten Reihe am oberen Panel. Oh! Hat's geklappt? Es ist nichts passiert. Aufwand! Okay, jetzt ziehen Sie den Hebel zu Ihrer Rechten. Okay. Oh! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Komm schon, es ist fast geschafft Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die ZDF für funk, 2017 Leon! Was machen Sie denn hier? Ich gebe Personenschutz Ja Sie sind ja jetzt Agentin Warum sind Sie hier? Ich verfolge den Mann hinter all denen Den obersten Sicherheitsberater Simmons Was? Sie müssen sich irren Ich arbeite für Simmons Er ist Ihr Vorgesetzter? Wir wollen uns jetzt mit ihm treffen Wo ist er? Ich muss es wissen Ich regle das Ich dachte, du solltest Kontakt vermeiden Jeglichen Kontakt Leon ist nicht irgendwer Er hat mich in Raccoon City gerettet Also gut Vorsicht! Vorsicht! Leon beim Flugzeug Er ist schon wieder Ihr Freund? Er wie eine Ex-Freundin Die einfach nicht weiß, wann Schluss ist Kommt mir bekannt vor Angewöhn sich dran Achte auf seinen Arm! Okay Okay Das ist schon wieder Glaubt uns, den Kerl kann man nicht vernichten. Verschütten wir ihn. Verschütten wir ihn. Verschütten wir ihn. Verschütten wir ihn. Gehen Sie ans Steuer. Klar. Okay, Bewegung. Roger! Wieso stirbt er denn nicht? Hört sie bloß auf! Aber vielleicht können wir ihn zu viert erledigen. Wir haben einen Ersatz dabei. Das muss man ihm lassen. Er ist vorbereitet. Wie gesagt, er stirbt nicht. Ich habe gehofft, sie übertreiben. Leider nicht. Plötzlich sollten wir sie nicht zu leicht machen. Wieso ist das? Was ist das? Was ist das? Karrie! Sherry! Ian! Wir begeben uns zum Kuh-Lung-Building in Ku-Cheng. Da treffe ich mich mit Simmons. Sherry, hören Sie! Bis wir dort eintreffen, müssen Sie... Ob Sie zurechtkommen werden? Hoffen wir, dass dieser Jake so gut ist, wie er glaubt zu sein. Ian, hören Sie mich? Armigan? Wir haben seit dem Absturz nichts von Ihnen gehört. Noch vor einer Minute habe ich keine Antwort von Ihnen bekommen. Das Gebäude, von dem Agent Birkin gesprochen hat, ist nicht weit. Bleiben Sie auf der Route, okay? Verstanden. Danke. Helena. Helena. Sherry hat gesagt, dass Sie Simmons im Kuh-Lung-Building treffen wird. Zunächst einmal müssen Sie sich einen Weg durch den Markt vor Ihnen warnen. Angela. Was war das? Ärger. Wir müssen sie von der anderen Seite öffnen. 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 Oh super. Drei einzelne Schlösser. Oh Mann. Na gut. Finden wir heraus, wie man sie öffnet. Wir müssen sie von der anderen Seite öffnen. Das ist ein neuer Trick. Das klappt nicht. Wie lange soll das noch weitergehen? Wenn wir so weitermachen, geht uns die Munition aus. Wir müssen sie von der anderen Seite öffnen. Wir müssen sie von der anderen Seite öffnen. Sohn! Was ist das? Wir müssen sie von der anderen Seite öffnen. Wir müssen sie von der anderen Seite öffnen. Wir müssen sie von der anderen Seite öffnen. Sehen Sie, ein Schlüssel. Fehlen uns noch zwei. Wir müssen sie von der anderen Seite öffnen. 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 Das war's für heute. 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 Leon! Schneller! Ja! 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 Oh, 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 oh. Schnell. Nicht, dass wir Simmons verpassen. Ada. Ich bin mit ihr. Ada! Was zur Hölle geht ihr vor? Sie ist verschlossen. Wir müssen einen anderen Weg finden. Nehmen wir den Aufzug! Schnell! Sie ist das Ziel! Schön, dass Sie vorbeischauen. Gefallen Ihnen meine U-Bauarbeiten? Nießen Sie den Augen und Halt! Ich habe keine Zeit fürs Spielchen. Ich bin der Folge. Amh, ich bin der Folge. Ich会 den Augen und Halt stellen. Wir haben keine Zeit zu warten. Wir nehmen die Treppe. 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 Ich versuche, Ihnen das Schloss aufzumachen, aber es ist gut gesichert. Ich werde es weiterhacken, aber versuchen wir es manuell zu gehen. Ich umgehe das Sicherheitssystem. Sie kümmern sich um unsere Freunde. Sicherheitsverstoß in Raum 1. Sicherheitsverstoß in Raum 1. Sicherheitsverstoß in Raum 1. Sicherheitsverstoß in Raum 0. Sicherheitsverstoß in Raum 1. Sicherheitsverstoß in Raum 0. Sicherheitsverstoß in Raum 1. Sehr gut. Die Hälfte ist geschaffen. Sicherheitsverstoß in Raum 1. Deaktiviere Verstoß in Raum 1. Jemand möchte nicht, dass wir Aida kriegen. Vielleicht arbeitet sie nicht allein. Die Hälfte ist geschaffen. Die Hälfte ist geschaffen. Die Hälfte ist geschaffen. in Raum 4. Aida, halt! Wir müssen reden! Sorry, mehr ist nicht nach Plaudern. Ich weiß nicht nach Plaudern. Hat Spaß gemacht. Tschau! Ada! Bleiben Sie dran! Aber ja! Ada! Ihre Freundin spielt Ihnen nahbarer. War sie immer so? Da ist sie! Halten Sie sie auf! Ich hab sie! Oh! Chris? Leon? Was machst du hier? Nimm die Waffe runter, Chris. Sie ist eine äußerst wichtige Zeugin. Eine Zeugin? Sie steckt doch hinter allem! Nein, tut sie nicht. Es war Simmels, der nationale Sicherheitsberater. Gegen hier hab ich meine Männer verloren! Ich über 70.000 Menschen! Den Präsidenten eingeschlossen! Alles wegen Simmels! Sie arbeitet für Neo Umbrella. Weißt du, was das bedeutet? Ja, ich weiß. Und trotzdem schützt du diese Frau? Richtig. Kapitän! Halt! Verdammt! Helena! Er wird sie umbringen! Chris, warte! Wir beide wollen doch dasselbe. Also gut. Die BSAA übernimmt Ada. Du kümmerst dich um Simmons. Chris! Du wirst das Richtige tun. Können wir uns auf jeden Fall lassen. Er ist genauso lang dabei wie ich. Ich vertraue ihm. Okay. Na los. Finden wir Simmons. Leon, Helena, bitte komm. Wenn Cherries Infos stimmen, sollte Simmons direkt voraus sein. Passen Sie auf. Honey, in Ende. Jetzt liegt es an dir, Chris. Jetzt liegt es an dir, Chris. Ja! Leon, lass uns damit einfach... Hör! 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 Heulen Sie, dass Sie ihr nicht gefolgt sind? Um Ada kümmern wir uns später. Jetzt geht es einzig und allein um Simmons. In Ordnung. Holen wir uns den Schweinehund. habilz注 Dream! Was beschäftigt? Oh und! Das war's für heute. Das kommt aber unerwartet. Nein! Halt! Ah, Agent Birkin. Perfektes Timing. Seien Sie so nett und nehmen Sie die beiden fest, ja? Sie sagen, Sie stecken hinter dem Terrorangriff. Stimmt das? Was? Laufen die herum und reiben es jedem unter die Nase, der zuhört? Antworten Sie! Es dient dem Schutz der Vereinigten Staaten und der globalen Sicherheit. Wie soll die Ermordung des Präsidenten gut für das Land sein? Der Präsident ist tot? Tja, dafür können wir uns bei Leon bedanken. Fahren Sie zur Hölle, Simmons! Beseitigt Sie. Nein! Aufhören! Feuer einstellen! Die beiden da können wir noch gebrauchen. Sie müssen vorsichtiger sein. Okay, okay. Wie geht's jetzt weiter, du Held? Werden Sie es bis zur Tür schaffen? Warum machen wir sie nicht kalt? Weil Sie sich um Sherry kümmern müssen. Können wir das beenden? Ich habe Wichtigeres zu tun. Und was werden Sie beide jetzt tun? Wir erledigen Simmons. Hier sind Informationen drauf, wie man den C-Virus stoppen kann. Simmons will sie. Danke. Ich sage FOS Bescheid, dass Sie Gereitschutz brauchen. Bewegung! Warnen Sie die Männer draußen. Sie hat mich erwischt. Nicht schlecht. Er entkommt uns! Na los! Komm, sieh zurück! Er darf nicht entkommen! Wird er nicht. Wir beenden das jetzt. Huh! Wir kriegen Sie, Simmons! Es wird Zeit, dass Sie für Ihre Taten büßen. Leon! Ich gebe Ihnen nur das, was Sie mir gegeben haben, Simmons. Zuerst haben Sie Angst. Aber keine Sorge. Sie werden nur zu dem Monster, das Sie immer waren. Sie und alle anderen auf dem Planeten. Geben Sie auf, Simmons! Das Spiel ist aus. Sie verfolgen mich, während diese Frau frei herumläuft. Welche Frau? Die Verräterin Ada Warren. Wer weiß, was Sie noch vorhat? Ein anderes Team sucht Sie. Sie, Erba Simmons. Sie gehören uns. Rache nehmen für den Präsidenten. Ist es das, was Sie wollen? Sie nahe, hätte er die Wahrheit über Raccoon City veröffentlicht, wären die USA weltweit isoliert und die globale Orden zusammengebrochen. Ein Desaster verhindern, indem Sie ein anderes verursachen? Egal wie viele dabei sterben... Jemand musste ihn stoppen. Er hätte mein Land und die Welt... ins Chaos gestürzt... Dieses Weib... Wie kann sie mir das antun? Wie kann sie mir das antun? Du Bastard! Leon, Achtung! Fähig ist mir zu nah, Mann. Weg hier! Hängen wir ihn ab, solange wir noch können. Verdammt sein! Alle beide! Ich erledige sie mit mir. Ah! Das war's für heute. Mist. Verschlossen. Leon, helfen Sie mir. Ich glaube, ich komme da rauf. Er ist zu schnell. Wir müssen von zwei Seiten angreifen. Helena, helfen Sie mir. Ich werde Sie töten. Ich bin mir. Ich bin mir. Ich bin mir. Ist er tot? Leon! Leon, alles okay? Es muss Einbildung sein. Leon, weg da! Er will zu ihnen! Runter, komm zu! Ich lese ihn ab! Leon, hier rüber! Ich werde sie beide vernichten. Leon, schnell! Ich verrasch, es ist vorbei. Ich werde sie nicht mehr verraten, ich werde sie nicht mehr verraten, ich werde sie nicht mehr verraten. Ich werde sie nicht mehr verraten. Beob你 Estáf, ich werde sie nicht mehr verraten. Ich schlieb hier! Leon! Simmons! Sie wissen ja nicht, was passiert, Benning. Die Welt wird Stabilität zurückerlangen. Die Welt wird Stabilität zurückerlangen. Die Welt wird Stabilität zurückerlangen. Nach hier! Die Welt wird Stabilität zurückerlangen. Die Welt wird Stabilität zurückerlangen. Die Welt wird Stabilität zurückerlangen. Ist es vorbei? Keine Ahnung. Wir haben getan, was wir konnten. Gehen wir! Hey, Sie! Ordnen Sie sich ein! Drei! 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 Drei!